Die mentale Diät, die ich dir in diesem Video vorstelle, wird dein Leben in nur 28 Tagen von Grund auf verändern. Wenn du dabei bist, bleibe also jetzt gerne dran. Hallo und willkommen zu einem weiteren Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Eine 28-tägige mentale Diät. Auf die wollen wir uns heute gemeinsam einlassen. Erst einmal müssen wir uns anschauen, was ist eine mentale Diät und wie führen wir sie durch und warum führen wir sie durch, also zu welchem Zweck. Eine mentale Diät bedeutet nichts anderes, als dass wir fortan nur noch die Dinge in unseren Geist lassen, unseren Geist nur noch mit den Dingen nähren, füttern, die wir auch in unserer Welt erfahren wollen. Denn wie innen, so außen ist das ewige Prinzip des Lebens. Das heißt, das, was du in deinen Geist lässt, ist das, was dich morgen in deiner Welt erwartet, ob du es willst oder nicht. Eine mentale Diät ist also nichts anderes, als das sich bewusst werden darüber, was wir 24 Stunden, sieben Tage die Woche in unseren Geist lassen und dann nach dem Bewusstwerden die bewusste Entscheidung, was wir fortan reinlassen in unseren Geist, womit wir unseren Geist nähren, womit wir uns, unser Bewusstsein identifizieren und womit nicht länger. Dafür ist jetzt der erste Schritt, dass du dir klar machst, was du im Leben willst. Was ist dein Verlangen, wenn du heute die Wahl hättest? Du gehst heute Abend ins Bett und jemand eine Fee stünde an deinem Bett und die würde dich fragen, zu welchem Leben willst du morgen erwachen? Du hast einmalig die Möglichkeit, zu welchem Leben willst du morgen erwachen? Was soll alles anders sein? Das, was dir dann so spielerisch, weil es wird natürlich keine Fee an deinem Bett stehen, was dir also so spielerisch in den Sinn kommt, das sind deine eigentlichen Verlangen. Das ist das, was du im Leben willst. Das ist das, was du vom Leben willst. Und ich sage dir, das, was du vom Leben willst, das kannst du haben, wenn du bereit bist, es anzunehmen und es eben nicht länger als fiktiv beiseite zu schieben, so wie die Fee am Bett ist doch sowieso nicht möglich, ist doch sowieso nicht machbar, aber, aber und so weiter. Also, was willst du? Was ist dein Verlangen? Im zweiten Schritt stellst du dir die Frage, was wäre anders, wenn du bereits dieser Mensch wärst, der diese erfüllten Verlangen leben würde? Was wäre in deinem Alltag, in deinem Leben anders? Was würden deine Freunde zu dir sagen? Was würde deine Familie zu dir sagen? Was würden Menschen über dich sagen? Was würdest du vielleicht zu Menschen sagen? Was wäre beim morgendlichen Aufstehen anders? Was beim abendlichen zu Bett gehen? Von all diesen Dingen, die dir in den Sinn kommen, nimmst du dir eine Sache heraus. Und diese eine Sache ist dein imaginativer Akt. Ein imaginativer Akt ist nichts anderes als ein Anker. Ein Anker, der dich augenblicklich in den Zustand, in den Bewusstseinszustand bringt, in welchem dein Wunsch, das was du gerade willst, aber nicht hast, bereits erfüllt ist. Sprich, du willst es nicht mehr, weil du es hast. So ein imaginativer Akt könnte beispielsweise die Stimme eines guten Freundes sein, der mir gratuliert und mir sagt, wow, du hast es geschafft. Wenn ich das nun höre, die Stimme dieses Freundes, diesen Satz zu mir sagen, dann bringt es mich augenblicklich in den Zustand des erfüllten Wunsches, welchen Wunsch auch immer das Ganze für mich impliziert, welchen, was auch immer dieser Satz für mich impliziert, in diesen Zustand bringt mich dieser Satz. Also es ist mein Anker. Ich muss nicht immer an meinen Wunsch denken, nicht an meine Wunscherfüllung denken, nicht an die Manifestation denken. Es reicht, diesen Anker zu nutzen. Das ist Schritt 2. Und jetzt kommen wir zur mentalen Diät. Jetzt gehen wir in die Anwendung. Wir wollen 28 Tage diese mentale Diät halten. Wie machen wir das? Ich will jetzt gerade, bin aber nicht. Also schließe ich meine Augen, ich setze mich hin, schließe meine Augen und erfahre diesen imaginativen Akt, diesen Anker. Erfahre ich wiederholt in meiner Vorstellung. Immer wieder. Wenn ich abschweife, gebe ich mich wieder dem Akt hin. Und das tue ich so lange, bis aus dem Ich-Will ein Ich-Bin wird. Bis ich nicht länger will, sondern jetzt das Gefühl habe zu sein, was ich eben noch sein wollte. Ich will also nicht mehr, sondern ich bin jetzt das, was ich vorhin noch wollte. Dann öffne ich meine Augen und die Umstände sind genauso wie vorher. Also es hat sich erstmal nichts verändert. Was ich aber merke, ist, dass meine Wahrnehmung sich verändert. Ich bin sehr viel entspannter meinem Wunsch gegenüber, der Wunscherfüllung gegenüber, den Problemen gegenüber, aus denen der Wunsch überhaupt erst gewachsen ist. Ich bin also sehr viel entspannter. Meine Reaktionen auf die noch gleichen Umstände sind anders. Und jetzt gehe ich so in meinen Tag und nach ein paar Stunden vergesse ich vielleicht und merke, mir fällt auf, dass ich wieder begonnen habe, meinen Geist mit Dingen zu nähren, die ich nicht erfahren will. Ah, ich bin ja so arm dran. Ah, mir geht es so schlecht. Ah, ich bin einfach nicht dafür gemacht, Erfolg zu haben oder was auch immer mein Wunsch ist, gesund zu sein, etc. Ah, es funktioniert nicht. Ah, es klappt nicht. Ah, es ist so ungerecht. Ah, es ist so unfair. Ich merke also, dass ich wieder meinen Geist begonnen habe, mit den Dingen zu füttern, zu nähren, die ich definitiv morgen nicht erfahren will. Was ich jetzt tue ist, und das ist die mentale Diät, in dem Moment, wo es mir auffällt, höre ich auf damit, meinen Geist damit zu füttern. Ich höre damit auf. Und was tue ich stattdessen? Diese Energie investiere ich viel lieber in meinen Anker, in meinen imaginativen Akt. Ich schließe also meine Augen und erfahre wieder diesen simplen, simplen, imaginativen Akt, der wie ein Anker funktioniert und mich augenblicklich wieder in den Zustand bringt, in dem der Wunsch erfüllt ist und in der Konsequenz die Gedanken, die ich gerade noch hatte von ich kann nicht, ich schaffe nicht, das ist ungerecht, nicht mehr existieren. Diese Gedanken existieren in der Wunscherfüllung nicht mehr. Also ist der imaginative Akt immer die Lösung auf meine Probleme. Und das tue ich jetzt immer wieder. Und das ist die mentale Diät. Und die halte ich jetzt 28 Tage aufrecht. Warum sage ich 28 Tage? Naja, ich hätte auch 21 Tage sagen können, ich hätte auch 30 Tage sagen können. 28 ist jetzt, wir haben heute den 3. September und ich will das als kleine September-Challenge in der Community machen. Wir nehmen also die 28 Tage. Im Kern geht es darum, dass ich zunehmend bewusst werde, mir zunehmend bewusst darüber werde, wo ich den ganzen Tag verweile, imaginativ, was ich die ganze Zeit für Samen pflanze in meinem Bewusstsein, dass ich mir darüber zunehmend bewusst werde und dann in der Konsequenz auch, also nur dadurch, dass es mir bewusst wird, auch die Macht habe, die Möglichkeit habe, es zu ändern, mich also nicht länger den destruktiven Dingen hinzugeben, sondern den Dingen, die ich in meiner Welt erfahren möchte. Und wenn ich das mal über 28 Tage konsequent tue, dann werde ich ein völlig neues Fundament erschaffen. Es wird ein völlig, mein Bewusstsein wird erneuert. Ich erneuere meinen inneren Menschen. Und aus dieser anfänglichen bewussten Beständigkeit, für die ich mich noch entschieden habe, für die du dich heute hoffentlich entscheidest, wird dann eine völlig automatische Beständigkeit. Etwas, auf das du gar nicht mehr verzichten kannst. Und es wird dir immer schneller auffallen, wenn du in imaginativen Selbstgesprächen unterwegs bist, die dir nicht gefallen, die so sind, wie du dein Leben nicht haben möchtest. Und weil es dir immer schneller auffällt, kannst du auch immer schneller zurückkehren oder dahin gehen, imaginativ, wo du sein willst, wo du verweilen willst. Nämlich bei den Dingen, die du in deiner Welt erfahren möchtest. Also eine völlige Erneuerung deines Seins, deines inneren Menschen, die hier stattfindet. Und was mir noch ganz wichtig ist, mentale Diät bedeutet definitiv nicht, dass du gegen deine gegenwärtigen Umstände ankämpfst. Kampf ist Widerstand, Widerstand ist Druck und Druck erzeugt noch mehr Druck. Und was dann übrig bleibt, ist einfach ein Leben, in welchem die Umstände, die mir missfallen, noch größer, noch mächtiger sind. Also es geht nicht darum, gegen deine Umstände anzukämpfen. Ganz im Gegenteil. Ich gehe also wieder in meinen Tag und dann habe ich wieder diese Gedanken, die ich gerade genannt habe, Gedanken von Zweifel, von Zweifel an mir selbst, von Zweifel an meiner Welt, am Leben und was weiß ich nicht alles. Statt mich jetzt dafür abzustrafen, oh, ich darf solche Gedanken nicht denken, ich darf mich so nicht fühlen. Nein, das ist völlig falsch. Stattdessen machst du dir bewusst, dass du gerade imaginativ noch ganz woanders warst, nämlich im Zustand des erfüllten Wunsches. Und das, was du jetzt wieder wahrnimmst, diese Gedanken, die du jetzt wieder wahrnimmst, die sind ein Nachhall. Deine Außenwelt ist ein nachhallendes Echo. Dementsprechend ist es nichts, was du bekämpfen musst, denn ein Echo hat keine Macht. Wenn du es anfängst als Echo zu akzeptieren, wahrzunehmen, verliert es seine Macht über dich. Und dementsprechend musst du nie wieder gegen deine noch gleichen Umstände, die dir nicht gefallen, körperliche Schmerzen, ein miserabler Kontostand, was auch immer, musst du nie wieder dagegen ankämpfen. Es ist ja nur ein nachhallendes Echo. So, wie soll ich gegen ein nachhallendes Echo kämpfen? Nein, ich nehme es einfach als Indikator. In dem Moment, wo es mir auffällt, dass ich meinen Geist wieder mit Dingen füttere, die ich nicht erfahren möchte, kehre ich zurück. Ich kehre sanft zurück zu meinem imaginativen Akt. Ich bedanke mich dafür, dass mir bewusst wurde, dass ich wieder bei Dingen verweile, die ich nicht erfahren möchte. Ich strafe mich nicht dafür ab. Ich bin dankbar dafür, dass es mir immer schneller bewusst wird, wie wunderbar ist das, dass ich immer mehr im Einklang mit meinem Bewusstsein bin. Und dann kehre ich sanft zurück zu meinem imaginativen Akt. Und was so passiert ist, dass der verwahrloste Garten, also wenn du deine Vorstellungskraft, dein Bewusstsein mal mit einem Garten vergleichst, dann ist er bei den meisten von uns über die Jahre ziemlich verwahrlost. Und was jetzt passiert ist, dass wir ihn aufräumen, verschönern, das Unkraut entfernen. Und was dann passiert ist, dass ein wunderschöner Garten erblüht. Und dieser wunderschöne Garten, den dann gepflegt zu halten, ist natürlich viel einfacher als einmal im Jahr den verwahrlosten Garten wieder auf Vordermann zu bringen. Das heißt, das, was anfangs vielleicht noch sehr häufig passiert, dass ich mich immer wieder in Gedanken wiederfinde, die ich nicht, ja die Umstände suggerieren, die ich nicht erfahren möchte, das wird immer seltener. Die Abstände werden immer größer. Ich habe immer mehr Freude daran, mich meinem imaginativen Akt hinzugeben, mich den Dingen hinzugeben, die ich erfahren möchte. Ich komme immer mehr in Einklang mit Innen- und Außenwelt. Das Ganze verschmilzt immer mehr miteinander. Und so kriege ich diesen wunderbar blühenden Garten, Garten Eden, Garten Eden wiederhergestellt. Das ist das Motto, das ist das Ergebnis einer richtig durchgeführten mentalen Diät. Und das ist eben das, was ich meine, eine mentale Diät bedeutet niemals Kampf. Ganz im Gegenteil. Weil es bedeutet, die Umstände nicht als endgültig zu akzeptieren. Dass ich jetzt gerade Schmerzen habe, dagegen kämpfe ich nicht an und das leugne ich auch nicht. Aber das ist die Imagination von gestern. Das sind die imaginativen Aktivitäten, denen ich mich gestern, bewusst oder unbewusst, wahrscheinlich unbewusst, hingegeben habe. Heute aber entscheide ich mich für die mentale Diät und gebe mich nur noch den Dingen hin, die ich erfahren möchte. Also muss ich gegen meine Schmerzen nicht ankämpfen und sie auch nicht leugnen. Aber ich muss sie auch nicht als mein endgültiges Schicksal akzeptieren. Nein, ich gebe mich meinem imaginativen Akt hin, der impliziert, dass ich kerngesund bin, dass ich Gesundheit ausstrahle, dass ich gesund und fit bin. Und diesem Akt gebe ich mich in Freude hin. Das macht Spaß, das macht Freude. Im Hier und Jetzt ist es ein Genuss. Und ich gebe mich so lange hin, bis ich mich nicht mehr hingeben möchte, weil ich nicht mehr will, sondern bin. Wenn ich gesund bin, kann ich keine Gesundheit mehr wollen. Und wenn mir jetzt auffällt, später, morgen, übermorgen, wann auch immer, dass ich wieder in Gedanken von Krankheit, von das ist mein Schicksal, ich bin halt arm dran und so weiter verfalle, dann sage ich danke, danke, dass es mir wieder aufgefallen ist und kehre sanft zurück zu meinem imaginativen Akt. Mentale Diät, imaginieren ist also ziemlich ähnlich dem Versuch zu meditieren. Denn auch beim Meditieren ist es so, dass du abschweifen wirst, wenn du dich auf deinen Atem konzentrierst oder auf ein Mantra, du wirst abschweifen. Das ist aber nicht das Problem. Gewinn, sondern der Moment, wo du merkst, dass du abgeschweift bist, ist ein Gewinn, weil jetzt hast du die Möglichkeit, wieder zurückzukehren. Und da hat mir mal ein Mann gesagt, ein weiser Mann in meinen Augen, dass die Kunst des Meditierens nicht die ist, dass du nie wieder abschweifst, sondern dass dir bewusst wird und immer schneller bewusst wird, dass du abgeschweift bist. Denn das ist ein Geschenk, du kannst wieder zurückkehren. Und so ist es auch bei der mentalen Diät. Strafe dich nicht dafür ab, wenn du morgen, übermorgen wieder mental bei Dingen verweilst, die du nicht erfahren möchtest. Kämpfe auch nicht dagegen an, aber akzeptiere sie nicht als dein endgültiges Schicksal, denn kein anderer außer du hat die Macht über deine Vorstellungskraft, die Macht über dein Bewusstsein und damit die Macht über dein Leben. Denn dein Leben ist nichts anderes als dein ausgedrücktes Bewusstsein. Und das kannst du heute verändern. Dein Bewusstsein kannst du heute verändern über diese simplen Schritte, die ich dir gerade erklärt habe. Ich lade dich also dazu ein, die nächsten 28 Tage diese mentale Diät gemeinsam mit mir als Community durchzuführen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie es läuft, jetzt, wie es dir gefallen hat, ob du noch Fragen hast, in den kommenden Tagen, wie es läuft, was für Fortschritte du siehst, deine Reaktionen, die sich verändern, deine Gedanken, die immer besser werden, besser im Sinne von mit deinen erfüllten Wünschen, Wünschen harmonieren, Gedanken von Zweifel, von Mangel, die immer mehr dahin schwinden und auch, dass sich feiern können dafür, dass dir auffällt, dass du wieder bei Gedanken verweilst, die du nicht erfahren möchtest, statt wie bisher vielleicht dich abzustrafen dafür. Also auch diesen Prozess, kommentiert das gerne, das motiviert dann wiederum andere und so können wir gemeinsam als Community unseren Garten Eden wiederherstellen. Denn dafür sind wir hier, Garten Eden wiederherzustellen, aus diesem Schlaf, diesem Tiefschlaf zu erwachen, in dem wir gefallen sind, in dem wir geglaubt haben, dass wir gegen unsere Umstände ankämpfen müssen, gegen unser eigenes Leben ankämpfen müssen, gegen Krankheit ankämpfen müssen und erkennen, dass die Fülle alle Zeit bei uns war. Und dieser Fülle nehmen wir uns heute an. Ich hoffe, dass du dabei bist. Lass es mich gerne wissen und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal im nächsten Video wieder mit dabei bist. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.